so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gucken wir uns die fette salutbatze thunderblanc 16 an ja das ist es gibt ja auch die thunderblock 100 und jedes alle alles mögliche von leslie thunderkong ja schön im pyro moldesign sieht man ja hier richtig geil gekauft bei tosh pyro in der v e shop ist unten in der beschreibung und hier sieht man doch ein paar fakten an any c hat das gute stück ganze 60 gramm es ist eigentlich recht viel wenn man sich überlegt dass da ja nur ein knall ist und ein bisschen titanium salut als effekt dass man den sieht vielleicht ein roter aufstieg und ja ich freue mich richtig auf diese batterie ich hatte noch nie knall batterie würde ich sagen sehen wir uns gleich zum test der thunderblock 16 von leslie so freunde jetzt die thunderblock 16 ja das war die nicht um die ohren bekommen weiß gar nicht über das video schon gesehen hat denn das licht ist aus die batterie nimmt hier rinne auf das ist mir neu mit der vierer end schlag salve geiles teil leute das ist mir sehr gut Bis zum nächsten Mal.